hey leute und willkommen zurück zu einer weiteren let's play folge minecraft da muss mich noch angewöhnen dass ich minecraft sage und irgendwas anderes neu ihr wisst es so wir bauen jetzt noch mal schnell die spitzhacke hier kaputt bauen wir noch mal schnell die letzten sachen ab weil oben ich wollte gerade mal ein screenshot machen ihr wisst es für ein fand mail da hat mich ein skelett angegriffen deswegen habe ich schnell tor oben zu mal ich hoffe dass hier kein kein skelett drin spawnt hier ist aber auch wieder jede menge herz hier mal richtig haben wir doch richtig gut hier gefunden unseren punkt wo wir unsere kleine basis bauen jetzt ist auch kaputt dann bauen wir uns mal schnell eine neue das ist zack 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 aber wir können ja mal gucken ob unser ja unser ersten eisenbarren sind fertig das ist sehr schön dann machen wir uns nämlich eine eisenspitzhacke zack zack oder wir machen uns gleich zwei so machen wir uns gleich zwei so jetzt müssen wir ein bisschen das inventar mal aufräumen das müssen wir noch da wir brauchen müssen uns auch mal eine kiste bauen ich glaube da haben wir genug holz dafür das können wir gleich mal machen das schwert lassen wir drin das brauchen wir auch nicht das brauchen wir erstmal auch nicht so kisten würde ich sagen die bauen war hier würde ich die öfen haben dann bauen wir hier mal eine kiste hin kiste müssten wir eigentlich hinbekommen zack 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 eine kiste ja gut da können wir noch eine dann daran bauen aber das reicht nicht ganz das müssen wir dann machen wenn es hell ist die setzen wir uns mal schon mal hier machen wir sechs öfen das müsste reichen dann setzen wir hier die erste truhe hin da können wir auch schon mal gleich was rein tun das braucht man nämlich nicht mehr das brauchen wir auch erstmal nicht das brauchen wir nicht das können wir alles drin lassen Eisen können wir das können wir nicht erstmal behalten das können wir nicht erstmal behalten Kohle so dann würde ich sagen hauen wir gleich noch mal das nächste Erz rein so wohin geht denn das so nach da oben dann bauen wir das mal ab ich würde sagen wir schließen das auch dann gleich wieder dann haben wir das hier nicht so hoch unsere Basis zack 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 dann müssen wir mal ein bisschen ein Auge haben dass das vielleicht hell wird dass wir uns mal auch was zu essen suchen wir könnten natürlich auch unterirdisch Gemüse anbauen oder lieber oben da brauchen wir aber Wasser ich weiß gar nicht ob Wasser in der Nähe war da müssen wir gleich mal ein bisschen gucken so so lassen wir das wir lassen das erstmal wir wissen noch nicht was wir hier raus machen wir machen wir mal nicht dass sie nicht in zombies bohnt so dann machen wir einmal hier kurz noch ein bisschen weiter können wir mal kurz gucken wo ist es schon wieder hätte wir können schon wir können ja mal raus geben so wir nehmen mal sicherheitshalber unser schwer wir werden von irgendwas angegriffen ein zombie oder ein skelett aber er brennt er brennt er brennt er brennt ich habe jetzt auch keine lust zu sterben er ist in schatten er hat sich in schatten verzogen ok unser Haus ist hier vorne das müssen wir uns mal merken der Berg links unten ok hier ist Wasser das schon mal sehr schön aber sind hier irgendwo Tiere hier ist auch Wasser ich will mich noch nicht so weit weg bewegen so hier den Berg die Spitze das müssen wir uns merken da sind Hühner die können wir aber die können wir ach die müssen wir schafe ich weiß nicht wenn man die töte kriegt man da wolle dann werden wir jetzt mal kurz Entschuldigung werden wir mal ein bisschen ein paar Schafe töten weil wir brauchen ein Bett den Berg der Berg Fleisch kriegen wir auch das ist sehr schön Entschuldigung jetzt haben wir drei Wolle das reicht dann töten wir nochmal ein zwei Hühner Oh, Pferdchen. Komm, dich töten wir auch noch mal schnell. So. Komm her, Huhn. Komm her. Komm her. Komm her. So, tot. So, dann können wir jetzt mal zurück in unsere Basis stehen. Dann können wir das Fleisch mal verkochen und uns ein Bett schon mal bauen. Wo wir jetzt nächstes mal drin schlafen können, weil dann spawnen wir rein theoretisch immer wieder hier. So, das müsste hier vorne sein. Oder? Sehr schön. Haben wir ein bisschen Stein. Ja, sehr schön. Das haben wir auch. Dann können wir das Dach noch mal schnell fertig machen. Ich weiß, das ist jetzt nur ein Bruchstein. Kein richtiger Branderstein, aber erstmal zum Anfang. Reicht das doch. So. Moment, ich will noch mal kurz hoch. Weil das gefällt mir nicht ganz so. Zack. So. Hier ist unser Guckloch. Dann machen wir hier noch einmal rum. Bauen wir das mal ein bisschen höher, dass wir auch das teilweise immer wieder finden. So. Zack. Und jetzt haben wir keine mehr. Dann bauen wir nächstes Mal weiter. Komm ich da hoch? Ne. Okay. Das passt schon. Zack. Die Tür. Auf. Und zu. Und dann gehen wir mal runter in unsere kleine Geruft. So. Ein Bett bauen. Dazu brauchen wir Holz. Das haben wir noch. Ne. Aber wo stellen wir das denn? Hier machen wir die Truhen. Stellen wir das Bett hier. Und dann bauen wir hier halt nicht weiter. So. Ein Bett. Zack. 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 Und die Wolle. Da haben wir ein Bett. Sehr schön. Das setzen wir uns. Okay. Ich kann das nicht hinsetzen. Jetzt kann ich es hinsetzen. Wie kann ich schlafen? Du kannst nur nachts und Gewitter schlafen. Okay. Sehr schön. Haben wir. So. Die sammeln wir mal kurz ein. So. Was wollten wir dann als nächstes mal? Ach ja. Hähnchen braten. Sehr schön. Das können wir auch rausnehmen. So. Wir hatten noch Fleisch. Das können wir auch braten. Können wir hier auch noch mal ein bisschen Kohle reinmachen. Sehr schön. Dann brät das Fleisch. Dann haben wir schon mal was zu essen. Weil wir verlieren immer weiter komischerweise Leben. Ich weiß nicht warum. Zack. Ach das Ei. Warte mal einen Moment. Zack. Das machen wir mal dahin. Das machen wir auch mal dahin. Federn. Weiß ich nicht, wofür wir das brauchen. Das tun wir erstmal dahin. So. Das erste Fleisch ist fertig. Das nehmen wir gleich mal. Dann essen wir unser erstes Hühnchen. Warum ist er das nicht? Ach so. Mit der Maustaste. Okay. Zack. Sehr schön. Dann gehen unsere Leben. Oh. Unsere Leben gehen rasant hoch. Das ist sehr schön. Dann können wir hier mal kurz weitermachen. Zack. Dann könnten wir uns gleich auch mit dem Ernst nochmal. Zack. Na gut. Das Essen lassen wir erstmal machen. So. Das können wir eigentlich auch schließen hier. Das brauchen wir auch nicht. Bisschen zu weit. Auch zu weit. So haben wir. So. Wo wollen wir hier weiter machen? Jetzt haben wir das. Wir können hier mal ein bisschen weiter gucken, was hier so kommt. Und Leute, ihr müsst mir verzeihen. Ich weiß auch teilweise nicht, welche Rohstoffe das sind oder was das hier ist. Ich glaube, das ist Kies oder irgendwo auch so eine Steinform. So. Zack. Ihr wisst es, ich mag es alles gerne symmetrisch. Also müssen wir erstmal einstellen. Oh. Ich habe mal wieder Kohle. Das ist sehr schön. So. Mit den Steinen, die wir haben. Da können wir erstmal. Oh. Und zack. Und zack. Und zack. Machen wir erstmal das hier wieder zu. So. Das ist zu. Zack. Und zack. Und zack. So. Ist okay. Das können wir so lassen. So. Dann werden wir mal. Zack. 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 Das Essen ist fertig. Das ist sehr schön. Das können wir hier hin tun. Das lassen wir einmal hier drin. Achso. Falscher Knopf. Das tun wir hier hin. So. Und jetzt bauen wir uns mal. Falscher. Auch falscher Knopf wieder. Machen wir uns mal ein Eisenschwert. Mal sicherheitshalber. Dann machen wir uns mal eine Axt. Da können wir uns auch gleich zwei Äxte machen. Jawohl. Das reicht erstmal. So. Dann machen wir mal das nach hier. Das können wir da lassen. Das können wir auch da lassen. Und das Schwert nehmen wir auch mit rein. Ist noch hell. Ja. Dann können wir noch ein bisschen Holz abbauen. Für eine weitere Tour. Und das können wir auch weiter bauen. Wo ist denn das Skelett? So. Zack. Oh Mist. Müssen wir uns doch hoch bauen. So. Und. Zack. 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 Sehr schön. Haben wir unseren kleinen Turm schon mal gebaut. Hier wollte ich noch beleuchten. Mist. Na komm. Dann bauen wir uns mal schnell hoch. Zack. 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 So. Jetzt habe ich nichts mehr. Ach Mist. Oh es wird schon wieder dunkel ne Leute. Ich weiß auch gar nicht ob man den Zyklus der Dunkelheit einstellen kann. So. Das weg. Wir gehen mal schnell mal hier rüber. Gut. Da kommen wir nicht ran. Dann machen wir das schnell so. Zack. 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 So. Und die Fackel. Eine. Zwei. Drei. Vier. Haben wir schon mal nur einen kleinen Turm gebaut. Zack. Jetzt kommen gleich wieder glaube ich die ersten Zombies. Ja. Was haltet ihr von unseren ersten Bauwerken? Gucken wir mal. So. Machen wir mal einen Screenshot von. Zack. Zack. Sehr schön. So. Jetzt wird leicht dunkel ne. Ich glaube gleich kommen die ersten Zombies. Ich weiß nicht ob wir sie hören. Ich habe Zombies nicht leiser gemacht. Vielleicht hören wir sie gleich. Auf jeden Fall sehen wir unseren Turm. Das sieht aus wie so eine Geburtstagskerze. Oh hier ist auch eine Höhle neben unserer Höhle. Oh hier ist so Lava. Lava. Da müssen wir aufpassen. Ich würde sagen wir gehen erstmal schlafen. Machen wir mal zu. Nicht dass da irgendwelche Gäste kommen die wir nicht wollen. Und werden wir uns das erste Mal schlafen legen in unser Bett. So wie lange schlafen wir jetzt? Das weiß ich gar nicht. Birgit hat noch mehr erforscht. Oh wir stehen von allein auf. Okay. So Leute. Wir haben den Turm weiter gebaut. Es ist beleuchtet alles. Das ist sehr schön. Es ist wieder Tag. Hier können wir bald weiter arbeiten. Ich würde sagen wir gehen nochmal schnell hoch. Und bauen ein paar. Ein paar was bauen wir denn ab? Ein paar Bäume. Dass wir hier mal ein bisschen Licht ins Dunkel kriegen. Wir müssen mal gucken. Darum ist ein richtig geiler Steinberg. Vielleicht bauen wir ein Zombie. Ein Zombie. Back. Back. Sehr schön. Wir haben ein Zombie getötet. Wir hätten unseren Schwert nehmen sollen. Vielleicht bauen wir auch in den Berg die schöne Festung. Mal sehen. Wir gucken mal was wir raus bauen. Ich will jetzt noch nicht mich auf irgendwas festlegen was wir bauen. Das werden wir auf jeden Fall sehen was wir bauen werden später. Aber erstmal müssen wir uns eine kleine Basis schaffen bin ich der Meinung. So den können wir auch schon mal wegnehmen. Dann sehen wir auch mal ein bisschen mehr hier. Eine Schaufel haben wir uns glaube ich noch nicht gebaut. Die können wir uns auch gleich nochmal bauen. Aber das machen wir in einer weiteren Let's Play Folge Minecraft. Ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Auf Wiedersehen. Bis dahin. Und lasst mir Feedback da und Kommentare bitte. Danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss.